Wir sind hier hinten in einer kleinen, die gleichkommen chinesischen Tempel nach links nach oben geht, dort wo Wanderland steht. Der Weg ist 5 Minuten, relativ kurz. Und zeigt aber einen großartigen Ausblick auf den nebenliegenden Berg. Hier sind auch Typen einiger Mönche. Das ist der Weg nach vorne, ungefähr 10 Minuten, nicht weit. Der Weg wird ein bisschen stärker sein. So kleine Bande. Der Weg ist nicht eben, das ist es, wir sehen uns. Soll ich Ein bisschen weiter vorne kann man noch eine weitere Höhle besuchen, für alle, die nicht auf den Märkten sind.